Liebe Leserinnen und Leser der Vogelsberger Zeitung, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen von Herzen frohe Weihnachten zu wünschen. Möge diese festliche Zeit für Sie von Liebe, Harmonie und besinnlichen Momenten im Kreise Ihrer Liebsten geprägt sein. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und das Interesse an unseren Inhalten. Ihr Vertrauen motiviert uns, auch im kommenden Jahr mit spannenden Geschichten, informativen Artikeln und relevanten Themen für Sie da zu sein. Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und ein neues steht vor der Tür. Wir hoffen, dass das kommende Jahr Ihnen Glück, Gesundheit und viele positive Erlebnisse bringt. Ein riesiges Dankeschön für Ihre Unterstützung und die gemeinsamen Lesestunden in diesem Jahr. Wir freuen uns darauf, Sie auch im neuen Jahr wieder mit interessanten und relevanten Inhalten zu informieren. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzliche Grüße, Redaktion der Vogelsberger Zeitung.